Bayern mittlerweile mit neun Punkten Vorsprung erster. Im Vergleich zur deutschen Meisterschaft verspricht Golfsport Hochspannung. Wolfsburg macht halt Wolfsburg-Sachen. Franken gegen Schwaben. Eigentlich ein Duell gemacht für die Bayern-Liga. Aber damit tut man den Amateurvereinen doch ein bisschen unrecht. Ein 0-0 der schlechteren Sorte. Erst schießt Kruse das entscheidende Tor, dann bezeichnet er die Bochum-Fans als asozial. Man kann ihm nicht vorwerfen, langweilig zu sein. Wer aber sagt, die Jugend sei verroht, sollte sich erstmal die Insta-Stories vom Mexien anschauen. Wenn Leute sagen, Bielefeld würde gar nicht existieren, ist das nur ein dummer Witz. Wer sagt, RB Leipzig ist ein Fußballklub, sollte sich dringend in Behandlung begeben. Die Diva vom Main. Aktuell ist sie ziemlich skandalfrei. Fußballerisch natürlich toll, aber vom deutschen Randalmeister 2011 ist nicht mehr viel übrig. Bitter für Gladbach. Nicht nur, dass sie in der letzten Minute um die drei Punkte gebracht wurden. Nein, durch den einen Punkt hat Hütter wahrscheinlich auch noch seinen Job gesichert. Schulz, Pongracic, Witzel, Meunier, Hitz. Das war's. Freiburg macht es in dieser Saison so stark und überzeugend, da fällt einem nicht mal ein blöder Spruch ein. Leverkusen kennt man ja. Immer wieder gute Phasen in der Saison, manchmal ganz schlechte. Am Ende heißt es Europa League. Eine Partie so langweilig und durchschnittlich, wie es perfekt zur Bundesliga 2021 passt. Gute Nacht.